Ah, das ist doch der schönste Bug im ganzen Spiel, finde ich. Er meint, wir sollen 2.500 Einwohner beschaffen, damit wir eine Kleinstadt werden und demzufolge auch ein Rathaus haben, was Doc inzwischen ja hat. Ja, aber effektiv braucht man 5.000. Und das Schöne daran ist, wenn du dann diese 5.000 hast, hast du dann plötzlich, okay, hast du dann kurzzeitig sogar statt 5.000 sogar 7.500 Einwohner. Bei mir ist es jetzt wieder bei 5.000 gelandet, aber das bleibt dann auch immer kurzzeitig da. Das steht dann beim Fortschritt Rathaus bzw. Gemeindehaus, wenn du mal mit der Maus aufs Gemeindehaus gehst, steht da unten dran, braucht man 5.000 Einwohner, obwohl er sagt 2.500. Und wenn du dann die 5.000 hast... Und hier steht es aber auch in der Missionsbeschreibung, die ja an der Seite einblendet, stehen aber auch die 5.000 komischerweise. Ja, und bei mir war es für einen gerade so, ich habe die 5.000 gehabt und effektiv war ich plötzlich bei 7.500, wo ich das immer noch nicht ganz verstanden habe. Jetzt hängt er wieder bei 5.000 rum. Also das Spiel ist nichts halbes und nichts ganzes in mancher Hinsicht. Es ist ein schönes Spiel, aber ich empfinde es immer noch als Beta. Auf jeden Fall, das stimmt. Wobei, es wird ja immer gemunkelt über Patch 2.0, da sind ja die Entwickler gerade voll davon. Die machen ja auf simcity.com.de glaube ich oder so ähnlich, machen sie immer Blogs, wir arbeiten an 2.0, wir verbessern das, wir verbessern das und sonst da was. Zum Beispiel das Straßensystem sollte offiziell verbessert werden und keine Ahnung was. Das Straßensystem soll angeblich sogar schon reingepatcht sein. Ja. Aber davon merkt man meistens nicht so, wie die Fahrzeuge sich verhalten. Ne, also ich habe davon auch noch nichts gemerkt. Zum Beispiel dieses Krüppchen Bilden von Feuerwehrautos. Es kann sein, dass man manchmal drei Feuerwehrautos an einem Brand hat, obwohl dann nur ein Feuerwehrauto reichen würde. Und nicht nur das, das ist noch das kleinste Problem. Du hast drei Brände und alle Feuerwehrfahrzeuge, die du da hast, fahren alle zu nur einem, anstatt sich aufzuteilen und den Schaden zu minimieren. Beziehungsweise die Müllfahrzeuge fahren immer zu dem Mülleimer, der am vollsten ist. Und dann fahren aber beide dorthin. Oder deine 10.000, die du hast. Vor allem, ich habe jetzt hier gerade Probleme im Gesundheitssystem. Krankenwagen fährt rum, 0 von 8 werden behandelt, 0 von 7 versorgte kranke Sims. Ja, ich glaube, habe ein Problem, dass die Leute nicht arbeiten wollen. Das ist, glaube ich, das Größere hier. Ja, anscheinend. So, anscheinend schreien sie bei mir nach Industriegebieten. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das hier angucke, ich habe offene Stellen. Warum sollte ich mir Industriegebiete bauen? Und bei den Waren sieht es auch so aus, dass ich ein paar habe, die noch nicht verkauft werden. Tut mir leid, dass ich immer husten muss. Aber wie gesagt, irgendwas hat mich hier anscheinend erwischt. Ich werde mal einen Schluck trinken. Und zwar ein Produkt mit so einer schönen wiederverschließbaren Flasche. Apfel-Kiwi. Lecker. So, bei mir sammelt sich langsam das Geld für die Kläranlage an. Ich hoffe mal, das wird jetzt da nicht einmal was. Weil Kläranlage, Wasserkraftwerk und dann ist mir der Rest Rille. Du meinst eine Pumpstation und kein Wasserkraftwerk, oder? Genau, das meinte ich. Weil Wasserkraftwerke ist auch so eine Sache, die hier irgendwie fehlt, finde ich. Ja, das war irgendwie cool. So, wenn man so einen Fluss hat zum Beispiel, dass man irgendwie so ein Wasserkraftwerk hat. Ja, das wären schöne Geschichten. So, schauen wir mal. Oh, ist ja schade. Ich sag dazu nichts. Fernhafen. Gemeindehaus in der Region. Eine gute Verkehrsabteilung haben wir noch nicht. Aber Gemeinde, das stimmt bei dir. Nein, du brauchst ein Gemeindehaus in der Region. Naja, okay, wenn es ein Rathaus bereits ist, dann ist das denen auch egal. Aber steht ja auch als zweiter Punkt Gemeindehaus in der Region zum Rathaus umgewandelt. Wenn ich auf deinen Bildschirm gucke, sehe ich ein Rathaus. Warte mal, ich schau mal, wann man zuletzt synchronisiert wurde. Muss ich mal hier mal umgucken. Zuletzt vor 18 Minuten. Ja gut, wir haben ja noch zwei Minuten. Also zwei Minuten müsste das sich jetzt eigentlich synchronisieren. Hier fährt ein Zug lang, der keinem gehört. Da fährt eine Fähre lang, die keinem gehört. Da hat noch eine. Erst bei mir, ich werde voll auf Tourismus gehen, glaube ich, weil du hast ja Erz. Bei dir ist es noch okay. Genau, mit Erz kann man auch Kohle machen ohne Ende. Und vor allem, je nach Großprojekt, werden wir es auch brauchen. Weißt du, der hier von mir? Achso, ich kann dir ja hier Krankenwagen zuschicken. Das habe ich ganz vergessen. Wahrscheinlich, wenn du mir einen schickst, dann habe ich ab dem Moment habe ich dann Gesundheitsprobleme. Ist immer so. Kennen wir ja. Lieferung. Moment. Hier können wir mal schauen. Großprojekte. Wir könnten bauen. Eine große Solaranlage. Wie viel uns bringt? Fraglich. Am Tag viel, an der Nacht wenig wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt tatsächlich nur, ähm, wie viel macht sie generell? Weil nicht, dass sie da nur 300 macht und das ist dann, dann wäre es Bullshit. Also bei uns ist es generell so, wir haben zwar SimCity gespielt, aber wir haben noch nie ein Großprojekt gebaut, ganz ehrlich. Ja. Mir persönlich würde der Flughafen sehr viel bringen. Erstens wegen Tourismus und zweitens würde es vielleicht die Wirtschaft ankurbeln, so nach dem Motto, die Industrie könnte das Zeug mal rausschmeißen. Dann, was mein persönlicher Favorit ist, das Raumfahrtzentrum. Vorteile der Touristen, einfach weil sie so einen Raketenstaat einfach sehen wollen und zusätzlich Bildung. Ja. Das ist ja auch eine kleine Sache. Und die Arkeologie soll so eine Art Stadt in der Stadt sein. Die soll aber total verpackt sein, wie ich, das habe ich letztens mal bei YouTube gesehen, hat irgendeine Arkeologie gebaut. Bei einer Stadt war sie fertig, bei der anderen hat noch was gefehlt und bei der dritten war sie schlicht und greifend nichts vorhanden. Da konnte man das Projekt noch anmelden. Das Problem ist, das könnte auch ein generelles Großprojektproblem sein. Ja. Also ich wäre entweder für Großflughafen oder aber für die Raumstation, wobei die Raumstation mir persönlich lieber wäre, bin ich ganz ehrlich. Schauen wir doch mal, was braucht man dafür am Ende. Wir bräuchten eine Stadt hier mit Öl oder wir müssten einkaufen, Legierungen. Dazu kann man meinen Erz ganz gut gebrauchen und 40.000 Kisten mit Computern. Also man kann im Zweifelsfall, das ist das Schöne, wenn man jetzt nichts hat außer Wasser wie ich zum Beispiel, aber man hat genug Kohle, die man einnimmt, kann man im Zweifelsfall kann man sich mit dem Handelscenter alles noch importieren, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja noch gerade mal im Aufbau und ich sag mal so, im Gegensatz zu. Also es gibt diese Speedbauer, die ziehen die Straßen und dann gib ihm, aber es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen gemütlicher aufzubauen. Zum Beispiel gehe ich es etwas gemütlicher an als der liebe Doc hier. Ja genau, wobei ich gehe es auch gerade gemütlich an, weil ich hier gerade Geld sammle. Genau, du schickst mir so ein Ding rüber und ich kriege Gesundheitsprobleme. Das habe ich mir doch irgendwo gedacht. Ja, das war volle Absicht, ne? Ja. Also wir spielen gegeneinander. Wir machen uns das SimCity-System nicht wirklich zu nutzen. Ne, ähm. Ähm. So, klar. Die Dichte könnte ich ja mal langsam ein bisschen ansteigen, dann könnte ich nämlich, das wäre cool, weil es noch ein paar Parks sind, weil ich kann. Jetzt muss ich gleich mal auf die Wasserkarte gucken. Könnte auch die Kläranlage hier hinbauen. Eine Kläranlage zum Sonderpreis. Aber das Problem... Dann hätte dein Pumpentrum erstmal Vorteile. Achso, das ist die Dings hier. So, jetzt reiße ich dann mal das ab, damit die Wasserverschmutzung sich gleich aufhört. So, wuff. Jetzt habe ich erstmal keine Wasserverschmutzung. Gut, okay, jetzt werden Sie sich gleich beschwören. Ne, ich brauche dringend und so und keine Ahnung. So, gut, also Gebäude haben wir kein Problem. So, wie sieht's dann? Also das Abwasserproblem hat sich, glaube ich, jetzt für die ersten Minuten, äh, ein paar Stunden jetzt mal erledigt. Ja. So. So ist es auch gleichzeitig die Verschmutzung eingedämpft. Ich habe zwar ein kleines bisschen Verschmutzung gehabt, aber die war Gott sei Dank nicht so signifikant. Ja, das ist immer praktisch. Großes Problem im Gesundheitssystem. Alter, 0 von 13 versorgte Sims und 6 von 8 versorgte kranke Sims. Also entweder kommt hier mein Krankenwagen jetzt hinterher oder ich verstehe es noch nicht ganz. Ja, das ist auch immer so eine kleine Sondergeschichte der Blödsinn hier. Ich habe auch noch nicht alles gerafft, was dieses Spiel von allem will. Warum habe ich jetzt auf einmal drei Sims weniger? Okay, ich brauche eine Feuerwehr, sagt er mir gerade. Die macht sogar fast Sinn. Hey. Was? Zu große Nähe zu bestehender Kreuzung? Äh? Ja, da hat sich SimCity auch mal schon ein bisschen seltsam. So, ich könnte ja mal noch ein paar... So langsam sollte ich hier glaube ich mal mittlere Einkommensschicht und so organisieren, wahr? Äh, nein, so war das jetzt nicht gedacht SimCity. Ja, ich muss mich jetzt mal um den Straßenausbau hier ein bisschen kümmern, um die Dichte zu erhöhen, weil je höher die Dichte desto höher und mehr die Häuser und alles. Genau, das werde ich auch machen, sobald es möglich ist. Lieblingsbürgermeister-Errungenschaft erhalten. Oh, die habe ich noch nicht erhalten. Äh, vielleicht hast du irgendwann früher erhalten. Achso, ja gut, das ist ja so, dass die Errungenschaften ähm, die sind ja immer auf eine Stadt beschränkt. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Errungenschaft irgendwo einmal hat, wie zum Beispiel bei Archive-Mans a la Steam oder ähnliches. Ne, ich glaube, die sind nicht auf die Stadt beschränkt, soweit ich weiß, sondern auf den Server. Ach, auf den Server sind die beschränkt. Gut, das habe ich auch noch nicht gewusst. Warum schlägt mir das bitte SimCity so vor? Aber es geht dann einfach nicht. Weil da ein Park im Weg ist. Ja genau, aber warum schlägt es mir das dann überhaupt vor? Nein, das sind Hilfslinien, die dir einfach mal ein bisschen helfen. Ja, aber die hilft mir alles andere als. Sie verwirrt nur. So. So, ich lasse es jetzt mal kurz auf drei Stufen laufen, damit ich hier mal Kohle zusammenkriege, damit ich die ganzen Straßen zusammenbauen kann. Okay, ich muss einen Kredit aufnehmen, weil jetzt brennt mir langsam der Laden nieder. Ja. Jetzt baue ich doch doch mal eine Feuerwehr. So, jetzt schauen wir mal. Da baue ich ihn hier am besten hin. Ah, hier in der Hauptstraße. Das ist auch selten. Also noch hat er nicht synchronisiert. Ja, ich glaube, alle 20 Minuten soll es synchronisieren. Ich weiß es jetzt gerade. Aber 25 Minuten sind schon rum. Ah, okay. Auf SimCity. So, bauen wir denen noch ihre Flacke hin. Mit zu wenig Gründen. Ja, ist klar. Die Stadt ist ein Brand. Ach, nee. Was will der hier? Ist das schon die Feuerwehrmission hier mit der Feuerwehr? Wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Alter, ich habe dich gerade mal hingestellt. Stellen wir halt noch ein zweites Löschfahrzeug hin. Nee, der schreit doch nur rum, weil noch keine Arbeiter da sind und der deswegen den Betrieb noch nicht aufgenommen hat. Ja, wir machen noch ein Schildchen oben drauf so. So, jetzt reiße ich hier mal den Pack ab und mache daraus mal einen anderen Pack. Weil wir wollen ja irgendwann auch mittlere Einkommensschicht und so haben, ne? Also ich zumindest. Ich nicht. Super bewertet. So, jetzt schauen wir mal auf die Grundstückspreiskarte. Und stellen fest, wir haben gerade mal zwei Gebäude. Ähhh. Das hilft mir jetzt natürlich ein Bullshit. Na, schon besser. So, damit habe ich die ersten, ja, ich weiß, ich brauche noch ein Einkommen. Ihr wollt ja andere Produkte haben. Ich verstehe schon. Ist ja kein Thema. Hm, ich glaube es riecht verbrannt hier. Ist praktisch. Da sieht man immer schon mal, wo langsam an so schönen Flächen, an so schönen Sprechblasen sieht man dann immer, wo es langsam anfängt zu brennen. Fakt ist, ich muss jetzt mal ein bisschen warten, bis ich hier Kohle zusammen kriege. So, wie sieht es bei mir jetzt aus? Wie schaut es eigentlich stromtechnisch aus? Wassertechnisch schaut es gut aus, stromtechnisch schaut es auch gut aus. Das muss man immer im Auge behalten. Ja, sonst wird man sehr schnell auf die Schnauze pflegen. Interessante Sache hatte ich jetzt halt ja auch mit dem Abwasser letztens in der Stadt. Da steht, ich habe nicht genug Reserven, aber alles ist dahin geflossen und einwandfrei abverarbeitet worden. Da dachte ich mir auch, äh, was? Und ich soll ein Problem haben? So, ich habe jetzt hier inzwischen nicht budgettet für BB gesetzte Shops. Noch habe ich keine verlassenen Gebäude oder so ein Blödsinn. So, ich habe jetzt die, ja, die Shopping-Angebote kommen ja schon, meine lieben. Grundfehlende Kunden, äh, wo sind hier fehlende Kunden? Ja. Manchmal muss man SimCity einfach nicht verstehen. Oder man kann es nicht verstehen. So, schauen wir mal, was das hier jetzt wird. Brauche ich aber noch einen Park für mittleres Einkommen. Sonst wird das nämlich nichts. Sehr schön. Da habe ich die eine Straße hier nur einmal ausgebaut. Tatsächlich wird sie so voll ausgebaut.